Wie verfahre ich mit diesem Täter? In meinem dritten Fall geht's um Telefonbetrüger. Die sind irgendwann aus dem Nichts aufgetaucht. Ich hör mal die Medik. Anton Wolf, und dann können wir weiter reden. Ich wusste, dass die mich so richtig übel abziehen wollen. Und dafür wollte ich mich rächen. Hallo, hier spricht Erich Mittel. Sie sprechen mit Erika Mittel. Ja, hallo, lieber Lusch. Der Mann ist in meine Falle getappt. Ich starte, ne? Hallo. Du hast den wirklich geschnappt? Krass. Und dann passierte was Überraschendes. Caro ermittelt, Staffel 3, Böser Wolf am Telefon. Hört ihr in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.